Guten Abend, guten Tag, guten Mittag, willkommen zurück zu Troubled and Terrorist Town. Heute mit Darloui, Maxi, Mario... Hey, wie hast du das überlebt? Ja, Grants müsste confirm sein. Liquid, Julie und mir... Was ist mit... mit Flocker? Die Softher? Hab ich gerade gesagt! Renn in der Hölle! Haha! Quack, quack! Renn in der Hölle! Ups! Hölle! Leute, habt ihr ihn jetzt gekillt? Ja, ich hab ihn gekillt! Nils? Äh? Achso, oh! Loll, hab ich mehr. Der Grants ist tot. Wo ist der Boomerang hin? Ach, da! Boomerang? Der Grants ist tot! Da hat irgendwas... Lebt auch den Kundran wieder! Wo ist er? Ähm, ich glaub, das kann ich nicht. Wo ist er denn? Keine Kredits? Äh, doch, aber... Also wenn ich tot bin, ist es Darlou übrigens, ne? Wo ist die Leiche von Kundran? Ja, Shigo hat doch... Warte, ich muss kurz gucken. Ich hab nichts in Slot 8. Ähm, was könnte das sein? Ich hab's dann gekauft. Äh, Fade oder so ist Slot 8. Ne, hab ich nicht. Was zu trinken ist... Also, Flopper ist Slot 8. Ne, ich hab nichts auf... Ich hab nichts auf... Der Boomerang vielleicht. Oh... Oh... Friends will mit dem Fass bieren. Ich denke da, wo du grad... Das war's. Wie schön. Okay. Nix. Da. Du Fass! Böses Fass! Aus! Pui! Sitz! Darlou! 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 Ich bin safe! Bitte? Was sind denn? Ich finde keinen. Es ist im Schiff. Im Bauch des Schiffs. Ah, droppt man. Und... Nick Fly, Pfoten weg! Keine Brandgranate hinlegen? Ne! Finde ich schlecht geil! Jolie! Das ist deine Chance! Cheers! Jo, kein Problem. Was? Granz und Dado oder was? Ich bin safe! Granz und Dado. Ja... Granz und Dado. Aber der ist Nummer 3. Ah, Dado ist hier drüben. Hey! Klonk hat's gemacht, ey. Klonk, ey. Da wurde Starcam durchlöchert. Ich weiß nicht, wen er gekillt hat. Ja, da wurde er wieder überlebt. Ah... Ist auch so das neue Lieblings-Item hier. Ah, es hat ordentlich Klonk gemacht. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, hier, Headcrap Launcher. Ja, ja. Boah. Fisk. Mal weg da! Steh doch da weg! Diese Waffe ist einfach die schlechteste Waffe, die es gibt auf dieser Welt. Pass auf, Legret. Ich hab grad was hingeworfen, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich hatte Dado noch mal gekillt. Ich hab mir das angeschlossen. Und wenn der Lettringer ist, keine Ahnung. Maru? Ja? Du bist das auch, ne? Das ist ein Krabben. Ja, du bist einfach dran, wo man übersteht. Du bist das auch. Ja, natürlich ist er. Natürlich ist er. Also Maru, Kranz, Dalo. I see. Tut mir leid Dalo, ich hab dich nicht gesehen. Maxi? Was ist denn das? Der Kranz. Der Olle. Was ist denn das? Der Kranz. Der Olle. Der Olle. Der Kanz! Was? Fade? Das waren so schöne Schüsse, ouais. Drei Schüsse, drei He wipe- Shots. Schöne Schüsse Arme Shigo Amaru hat mich da leider geblockt Ja, ich hab's gesehen Kopp, kopp Kopp, kopp, kopp No, 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 ach dammit Ich konnte mir selber leider kein Defi mehr kaufen Deswegen muss Shigo dazu Einfach hier anschießen, gell, Shigo Vor allem das Schlimmste war ja, weil Kunde hat den Anfangsleck irgendwie durch die Dingens da durchgekommt Nee, nee, ich konnte über dieses Ding drüber springen Also ich bin da rechtzeitig drüber gesprungen Ich dachte auch eigentlich erst, du hättest deswegen da drauf geschossen, weil du gesehen hast, ich bin weg Und du wolltest das Ding halt trotzdem explodieren lassen Los, schieß, Flocke Nein Ist es glaub ich nicht No, Flocke Gaben Gaben Ja Einfach mal ein bisschen länger nicht mehr weggeklaut Ich glaub Liquid kippt mich Ich hab Gaben gekauft Ich würde nicht Ich hab die Shotgun geklaut Hier gibt's ein neues Glücksspiel Oha Oh Ich brauch Credits Juli, der Nils haut dich aus dem Handy raus Ich hab die Fässer geschossen Ich hab die Fässer geschossen Ich hab die Fässer geschossen Ich brauch ein Inno, der Lust hat auf ein Glücksspiel Grenn 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 ist Inno Grenn Wirst du lustiges Spiel spielen? Nils, bei mir machst du komische Sachen Du musst hoch aufs Luftschiff kommen Oha Oha Aber genau hier, weil hier ist die Mitte Also hier ist noch ein Oh Gott, hey, hier kommt Du bist so Alter, ist das knapp hier Ja, ich bin hier der Pilot Da hat jemand da rausgeschossen Vor euch, da kommt ne Nate rüber Keine Nate Ich rette euch Oh, Feuer Feuer Verteilt ist Aus hier Schrecklicher Flug Oh Gott Was macht ihr für Feuerparty? Kranz aufpassen ist auch noch Feuer Feuer, Feuer, Party, Party Ah, aua Überhaupt keine Menschen hier sind Au Erste Spiel Au Wer ist es? Oh da, hier Megadisco McFly Der hat mich vom Schiff gehauen Da war ne Megadisco Deswegen war ich so stark Hab ich gekillt McFly McFly Direkt hier geradeaus links auf dem Dach Dalu Links oben liegt McFly Irgendeiner hat mich mit dem Fass runtergeschubst Da liegt die Leiste auf jeden Fall Wo denn? Granz bist du's Liquid und Granz sind safe Liquid und Granz sind safe Liquid und Granz sind safe Ja Was hier? Was hast du gemacht Granz? Oh Mann Ich wurd getestet Ich wurd getestet vom Trader Ich hab mich testen lassen einfach Ah ja, da stand Trader am Anfang Ich isses nicht Ich isses nicht So Julie, wieso kommst du so kuscheln? Mit ner Schattengarten Ich muss es rausfinden Oh mein Gott Ein Dead Ringer ist unten angegangen Wer fliegt denn den komischen Dings hier? Keiner? Nee Ich spring jetzt raus Und da denken die Leute Du hast mich gekillt Nein, ich bin schon ganz woanders Julie ist bei mir Leute Nein Das ist Ego Ich bin Inno, mir glaubt man Mir glaubt man auch Es ist Fisk Hier das ist ich Ich glaub es ist Fisk Ich glaub es war Fisk Spring 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 Fisk Bei mir Hast du lange tot Grinst Ah nein, geh weg Sorry Was machst du eigentlich da jetzt? Fisk lebt glaub ich wieder, kann das sein Ich fliege? Oh nein, wo ist er denn? Und Dado ist tot Aua Fallschaden Weiße Wo ist der Fisk? Kannst du wieder überleben, Kondran? Ja Ja, kannst du Gerade abgedrückt Nicht nochmal abgedrückt Ja Schreck mich nicht so Also Liquid ist ja safe Und gut Ransom ist mittlerweile tot Fisk ist noch Trader Fisk hat ne Banane geworpen Ja, Fisk ist auch schon lange confirmed Achso, okay, das muss ich nicht Der Hubschrauber ist sehr laut Was? 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 Komm schon Leute Wie ist er noch Trader? Das kann doch nicht so lange dauern Immer Blitz, Nils und Flocke Nein Wer war der Erste? Ich hab doch Fisk erschossen Und dann kam er wieder Wer war der Erste? Nils und Flocke Nils, okay Den Namen hatte ich nicht verstanden Flocke Fisk ist ja unten am Pool W genauso Der magician ist tot Und so Er ist runtergelaufen in der Basement Oh fuck Wunderschöuy Warum wurde Nils geblitzt? Einfach so unter 2 hat. Ich hab die ganze Zeit nur Dalu gesucht. Aber Nils war doch so lange tot. Ich wusste nicht, dass es gut war. Was ist Nils gestorben? Ja, an der Superdisco. Ich hab die leider für dich von Dalu gesehen. Die hat mich bestimmt Kilometer weit weggeschlagen. Das ist auch geil auf dem Map. Superdisco, ja. Superdisco ist für Party. Man kann von Leuten immer mehr Hack-Mack machen hier als Trader. Wir haben so viele krasse Items. Hack-Mack. Okay, ich bin kein Trader. Tja, leider Inno, was soll ich da machen? Der Hego ist Trader. Du bist truly confirmed. Befreudigen wir das Ganze. Hego ist wirklich Trader. Oh, nice. Oh, bist du verrückt? Woher war ich da? Hey, was hast du da, Kunran? Newton-Launcher. Was hast du da in der Hand? Was hast du da? Oh, nein! Oh, nein! Hä, ich hab auch eins. Hey, Kunran! Newton-Launcher ist free for all. Wieso wird das denn nicht angekündigt, wenn man die Sachen kriegt? Es stand im Chat. Es steht free for all. Free for all. Ah, okay. Es steht free for all. Ich weiß gar nicht, was er nahm. Nee. Oh! Chigo, hast du die aus Versehen in Newton-Launcher gekauft? Nein! Fist hat mich getört. Hab ich gar nicht. Quatsch. Tschüss. Ich hab auch gerendet und auch free for all bekommen. Tschüss. Das ist doppelt da. Fisk, erzähl mal. Ja. Fisk hat mich hier getötet. Ich glaub's nicht. Aha. Gar nichts hab ich. Ich bin... Ja. Warte, McFly. Wissen. Schade, ich wollte dich in den Pool schubsen. Ja. Nein. Au. Weg damit hier. McFly hat mich gekillt. Ja. Ich war inno und hab'n Traitor gekillt. Sucker. Ich versuch mich runter zu schubsen. Abholt einer. Abholt einer. Abholt einer. Abholt einer Traitor. Abholt einer Traitor. Abholt einer Traitor. Abholt einer Traitor. Maxi. Maxi. Hab ihn. Hey, warte, was... Verdammt. Hast du ein Radar? Äh... Ich? Ja. Wo ist der andere? Das bist anscheinend nur noch du. Wie viele Punkte hast du denn? Nein. Und logisch. Ich hatte den Disguiser voll gemein. Voll gemein. Oh. 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 Oh, Maru. Oh, Maru. Baba. Franz, du bist ein Penner. Super. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.